Allem sollen dir machen, die wollen, ist das deine Schwester, Mutter? Nein, dann skip einfach. Wie süß, danke schön. Du parles alle langen, aber nicht l'Albanais. Elle kann l'Albanais, l'Albanais, aber ich kann es nicht. Weil ich nicht l'Albanais bin. Du parles ein bisschen französisch, ja. C'est quoi ton Insta? C'est Rania KMD. Wie weit mega halb, danke schön. Hey, komm fortnight. Hey, komm fortnight. I'm coming to Paris, where can I go to have fun and good food? Everywhere. Habla espanol? Un poquitito. Hi Prinzessin, hi, alles gut. How old are you? 18, my beautiful beloved sisters. We love you. Bro, hab ich was gesagt, außer dass es traurig ist, was aus dem geworden ist? Nein, was ist denn aus dem geworden? Ich verstehe es gerade auch nicht. Warum ist mein Freund silent? Ich erzähle eine Story. Sieh'n direkt, was aus dem geworden ist. Du kannst gefühlt die Sprache irgendwie... Ja, ich weiß aber nicht warum. Girl in the back. Du bist, du bist the girl in the back. Ich hab die hinterher zum Lachen gebracht, ich hab mich verhebt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, was ist denn aus Albanerinnen geworden? Oh mein Gott, Alter. Also erläutrig diese Aussage. Was hast du dich für Albanerinnen kennengelernt? Ist die Frage eher gesagt. Trink mit rechts noch. Warum? Warum? Also sind wir inverted oder so? Kann das sein? Weiß ich nicht. Hä? Warte mal, aber... Sind wir inverted, Leute? Oh mein Gott, haben wir inverted. Nein, sind wir nicht. Die haben vorhin gesagt... Weil ich hab mit rechts getrunken. Und die waren gerade nicht mit links getrunken. Wie ist das? Das ist links, Leute, bei mir. Gott, Leute, ist das bei euch auch links? Hey, trinken Albaner immer mit rechts oder warum? Nein, aber das ist doch normal, dass man mit rechts trinkt, oder? Wer trinkt mit links? Achso, ne, ich dachte, vielleicht keine Ahnung. Ist es schwer für Englisch zu sprechen? Ja, es ist sehr schwer. Aber ganz kurz, Leute, könnt ihr mir sagen, ob das hier links ist oder rechts bei euch? Warte, ich will mal jetzt wissen. Geh mal schnell einfach runter. Ist das links oder rechts bei euch? Nein, links. Hä? Rechts. Oh Leute, ihr verwirrt uns. Ist das bei euch links oder rechts? Die haben gerade beides gesagt. Anja, wie kann man so süß sein? Ich check's nicht. Ich brauche wirklich eine Isolinspritze. Ich weiß es auch nicht. Leute, es ist mir leid. Afghanen von Präsident Sprachen kann sie ja schon. Ey, ja, Leute. Ich werde nächste Präsidentin von Afghanistan. Ich schwör. Ich mach das. Nein, Leute, ich werde umgebracht. Ich werde gestürzt von Taliban, Leute. Nein, ich supporte dich. Danke für den Support. Ich werde trotzdem umgebracht. Your sister, I have a big crush on her. Okay, es reicht. Das ist rechts in der TTIL. Was sagen wir? Deine Schwester sagt links. Das war nichts. Danke schön. Oh mein Gott, was geht? Das steht hier oben. Das ist diagonal. Man sieht euch nicht. Spiegelverkehrt. Okay, das ist gut. Volvig ist nicht die beste O. Volvig ist sehr gut. Volvig ist die beste O. Argona. Da steht da. Argona. Argona. Wir machen sich. Oh, unsere Bilder werden so schlimm. Leute, nein. Warte mal. Wie lange brauchen wir? Oh mein Gott. Okay, wir müssen aber wirklich um 10 Uhr da sein. Weil das ist gerade echt. Das ist sonst zu spät. Das ist zu spät. Das ist ein bisschen gruselig. Ich glaube sogar, wir sollen vielleicht mit Uber oder so fahren. Ich weiß nicht, ob das ist ein bisschen gruselig. Ja. Das dauert auch, glaube ich, nicht so lange. Wir sind sowieso so ein bisschen. Wir werden safe morgen auch gute Bilder machen. Aber trotzdem. Weil 26 Minuten zu früh sonst. Und wir müssen Treppen und so alles runter und so alles. Macht Armdrücken. Nein, sie wird gewinnen, Leute. Glaubst du? Ja, du bist, ja. Bist du schwach? Nein, ich schwach, aber doch schwach. Oh ey, das ist ja so süß. Ich schwöre, das ist unermal süß. Dankeschön. Thank you very much. Nein, das ist doch süß. Crystalline et la meilleure. Nein, c'est Volvic. Machst du Ausbildung als Übersetzerin? Nein. Ich bin einfach... Dolmetscherin. Sie ist Dolmetscherin. Ich bin einfach geborene... Ja, der Fernseherz. Ich bin also sprachbegabt irgendwie. Ich weiß nicht warum. Welcome, Albanissa. Sie kommt aus Albanien. Aus Kosovo. Sorry. Sie ist Kosovo-Albanerin, Leute. Genau. Macht Armdrücken. Nein. Hast du auch TikTok? Nein. Ich bin nicht aktiv auf Social Media eigentlich. Jetzt ist er aktiv. Nochmal Insta-Drop, wenn mein Brain kommt vom Zuckerschock nicht runter. Junge! Was meint er? Oder sie? Rania, mach mal Insta-Drop, wenn mein Brain kommt vom Zuckerschock nicht runter. Wow, was für ein Liss. Rania. R-A-N-I-A-K-M-D. Nicht schwach, doch schwach. Ihr Leute. Oh, I'm good. Thank you. Salut. Welcome to Germany. Hamburg. Welcome to Germany. Are you all Turkish? No, we're not. Dior, Dior. Was? Wir waren sogar heute zu Dior. In der Galerie des Dior. In der Galerie des Dior. If you guys were stranded on an island, who would survive longer? Du auf jeden Fall. Yeah, I think me actually. Oh, wow. Nein, ich würde irgendwie, ich weiß nicht warum. Ich würde voll gerne alleine auf einer... Also wirklich jetzt, Leute, ich verstehe das nicht. Ich liebe es alleine zu sein. Ich auch, aber nicht alleine auf einer Insel. Sie ist nicht aktiv, sagt sie, sie hat Account von Agnesa übernommen. Ja, deswegen... Was war das? Warum Agnesa? Warum nicht? Sie ist nicht aktiv, sagt sie, sie hat Account von Agnesa übernommen. Agnesa? Ja, sie ist Agnesa. Heide, viel Spaß beim Bildermachen. Dankeschön. Lass mal gucken, ob ein Uber gleich kommt. Lass mal gucken. Nein, weil ich habe den Account jetzt gerade übernommen, eben weil ich nicht aktiv bin. Und jetzt nutze ich das aus, dass ich einmal diese Chance habe, zu reden mit euch, Leute. Wir gucken mal, ob Uber kommt. Ey, ich rede so schnell wieder, weil ich so gestresst bin. Leute, immer wenn ich gestresst bin, ich rede so schnell. Sorry, Agnesa war kürzer. 180, 176. Wie groß ihr seid. Wenn ihr eine Kartoffel werdet, werdet ihr Süßkartoffeln? Wisconsin, meine Hood. Ey, Leute, ihr seid alle was für Rizzler. So, ich bin Rizzler eigentlich nicht. Wanna, was macht die? Einfach Rap. Leute! Was? Er sagt, ich mache einfach Rap. Ich schwöre. Leute, ich rede... Wenn ich gestresst bin, ihr wisst nicht, es geht noch schlimmer. Ich hatte einmal... Oh mein Gott! Ich habe so schnell geredet. Ich hatte fünf Sprachverleidungen. Das ist so peinlich. Ah, mein Arm! Komm jetzt so schnell! Sie redet richtig schnell und ich rede richtig langsam. Das ist einfach... Das passt einfach, Leute. Ich brauche solche Freunde. Einer soll richtig schnell reden und der andere soll gecheckt reden. I'm 176. Do you feel the basketball? No. Skrupa. Basketball? Mädels, besser nicht rausgehen. Hat er gesagt, ob wir Bass beispielsweise spielen? Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, gerade rauszugehen. Sollen wir auch hierbleiben? Mein Gott, lass mal hierbleiben. Aber... Es ist fast 22 Uhr und ich will eigentlich vor dem Eiffelturm nicht irgendwie jetzt getötet werden oder so. Ist es da schlimm? Sei ehrlich. Also nein, nicht schlimm. Aber es ist halt abends. Generell, ich mag es abends nicht rauszugehen. Ich auch nicht. Ähm... Mach mit Akapella wieder. Sprachfehler, aber sprich trotzdem was ansprach. Ich weiß auch nicht, wie das geht. Ist der Hintergrund, der immer so ist wie... Was? Ist der Hintergrund, der immer so ist wie der ist? Oder hat das... Das schon nicht... Oh mein Gott, das ist gerade so verwirrend für mich. Leute, ich tue mir leid. Can we get a close-up of the French Nance? Ich weiß nicht. Dann wollen die jetzt eigentlich... Am Ende so... Manche so... Ja, ich schwöre aber auch jetzt sagen. Ich zeig auch immer ein Gesichtsschlecher. Skincare-Tipps an Jungs... Jungs... Das sind meine Nägel. Es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, wie Jungs... Ob die irgendwie andere Haut... Eine andere Hautbarriere oder so. Also ich wollte gerade was zeigen. Pass auf Anschläge auf. Leute, ich glaub... Anschläge? Nein, Junge... Das übertreibt mich so... Where is she from? She's from Albania. I'm from Afghanistan.